Moin, willkommen am Bahnhof in Kranzhall. Dieser Bahnhof ist mit der RB80 von Chemnitz Hauptbahnhof aus zu erreichen. Hier liegen die Gleise der Normalspurbahn direkt neben den Gleisen der Schmalspurbahn. Schauen wir uns einmal kurz in der ehemaligen Schalterhalle um. Auch am Bahnhofsvorplatz sind mehrere Schmalspurfahrzeuge zu sehen. Hier sehen wir die Rollwagenanlage, wo normalspurige Güterwagen auf die Schmalspurbahn verladen werden können. Oder sagen wir konnten, denn die Möglichkeit wurde bis 1992 genutzt. Am Buß- und Betttag war ein historischer Icarus-Bus für den Schienenersatzverkehr eingesetzt worden. Am Buß- und Betttag war ein historischer Icarus-Bus. Am Buß- und Betttag war ein historischer Icarus-Bus. Am Buß- und Betttag war ein historischer Icarus-Bus. Und das ist jetzt mal ein bisschen schwer. Hör auf! Soll ich noch mal den Film auf, dass ich jetzt nochmal noch ein bisschen schlafen darf? Haha! Tschüss! Danke, danke, danke. Danke! 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 Vielen Dank. Der Marktplatz in Oberwiesenthal. Immer weiter bergauf kommen wir ins Wintersportgebiet von Oberwiesenthal. Hier kommt man zu den Sprungschanzen. Mit der Schwebebahn kann man weiter auf den Fichtelberg fahren. Hier kommt man zu den Sprungschanzen. Hier kommt man zu den Sprungschanzen. Wir sind in Hammer unter Wiesenthal angekommen. Auch hier hat die Fichtelbergbahn ausgedehnte Gleisanlagen und es gibt eine Rampe, auf der Schmalspurfahrzeuge verladen werden können. Nur wenige Meter hinter der Bahnstrecke fängt die Tschechische Republik an. Der Schienenersatzverkehr war wegen geplanter Wartungsarbeiten eingerichtet worden. Bei Kretsch am Roten Seema sehen wir den Bus das nächste Mal. Kretsch am Roten Seema Spurzüge erreichen Kranzahl auf diesem Viadukt. Es fängt schon an zu dämmern und der Bus ist wieder in Kranzahl angekommen. Mit einem letzten Blick zum Viadukt sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Gर W. ... ... ... Vielen Dank.